und damit hallo und herzlich willkommen zu einer netten runde ja ich werde dem namen gleich gerecht und fall erst mal auf die schnauze ja ich glaube ich schaffe jawohl ich glaube ich schaffe die erste runde nicht ich hab auch schlecht angefangen kann man irgendwie sprinten ne hört sie nicht gut an was ist wenn man die erste runde nicht überlegen ja dann was ich glaube ich bin recht weit hinten ist aber auch meine erste runde bei nico ist schon die weiter hintere scheiße man bist du drin schaffe ich das noch jetzt ganz sicher nicht mehr da ist ein abgrund wie fies ist das denn ja was machen wir hier lass es neu anfangen scheiße und david hallo und herzlich willkommen ok jetzt weiß ich was los geht jetzt mach ich ja ey die erste runde kommt auch rein nee doch nee ja natürlich ja ok ich hoffe es wird die runde hier anders ja oh ich bin ganz links und damit willkommen zur zweiten runde fallgeist mal gucken ob ich diesmal besser bin der hat mich runter gesprungen ja du kannst wieder hochschrauben also nein aua ich bin hinter juli sehr gut nein 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 ich bin ok ich glaube das wird wieder nichts eine kugel hat mich nämlich doch am arsch was ist das wie komme ich da ruhig das ist so klippig wie komme ich da hoch hochlaufen ich komme nicht hoch ich glaube ich glaube ich langsam wie langsam langsam aber jetzt hoch gehen und die regel ist aber du läufst da hoch nein ich bin auf der stelle gelaufen das kriege ich hin ich komme weiter ich komme weiter nein stell dich auf wenn die türen auf die türen aufgehen ja 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 ich bin drin wie sieht es bei dir aus als wieder raus jetzt hat's julie einmal geschafft vielleicht vielleicht er weiter ich ja mein angebot auf zwei streams am tag morgens und abends im stream pro woche wollte ich sagen oh warte warum starte ich so weit hin und nicht schon wieder die drehteile ja doch siehst du doch ich bin ganz weit hinten ich bin echt weit hinten ich will ja prinzipiell erstmal nichts schlecht scheißen ok wenn du das sagst ja dann kommst du auf schneller durch nein 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 du mischstande sechs ersten unterwegs what aua ok das war es mit den ersten sechs und hast du für puddingbeine so 14 oder so los juli das schaffst du challenge für heute geschafft ok gut wieder bis zu sehen jetzt machen wir schon weiter was ist wenn man runter fällt ist mal raus ja ja ok was willst du was willst du ja ich stehe hier richtig wirklich was war das was war das für ein symbol hey bin ich jetzt doof jetzt gibt es mal drei symbole jetzt gab es hier in der ersten runde gibt es zwei jetzt gibt es vier danach gibt es sechs ich bin dort ich war mir so sicher dass ach so zwischen den platten kann man nicht durchfallen da bin ich jetzt mal gesprungen das habe ich mir natürlich nicht ich habe keine orange gefunden ja keine ahnung da wo die meisten leute sind naja wir haben die zweite runde gesehen ja haben wir haben wir da warst du gerade nicht die wand gesehen da bin nur ich da bin nur ich runter gepunzelt ja ja weil du noch speck zugeschaut hat es ist ein paar mehr user schon rausgeflogen aber die haben davor schon die runde verlassen ah ok das ist meine absolute schwachstelle ich hasse das ding diese map hier oder die also diesen dieses ding wo der schleim dann hochkommt weil ich verkackt das immer immer da kann man abkürzen ja funktioniert grandios wie du siehst ja ja du bist raus ja ich bin schon im schleim versungen ne wenn du mit den neuen leuten mit läuft dann kippen die wippen hunden und wenn du jetzt sind alle auf dieser seite oh mein gott und ja du kannst runterfallen da passiert ja schon klar ich habe ein problem die das ist meine wippe geil ich habe ich habe von lang warten müssen man nexer checkpoint ach die leute es gibt checkpoints und ja dachte schon raus nein nein hoch da verkauft man wieso legst du dich ein wie so ein faules ei ist ja ein faules ei guck es dir doch mal an oh oh nein das wird nichts komm schon so ich mach es ja und das war der siebte komm schon komm schon komm schon du kannst es geräuschen aufgrund the und dafür ein größtes hier hier könnte wenn du jetzt wirklich durchkommt Ja, ja, ja. Könnte es noch gehen. Echt? Nein. Okay. Sicher? Es ist noch keine Zahl hinzugekommen, doch jetzt eine. Komm schon. Lila, Lila, komm runter. Lila. Lila. Ja, 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 ja. Lauf, lauf. Oh, ich hab dir gesagt, es reicht easy breezy. Aber es war knapp. Ach, Quatsch. Loll, der winkt. Ja. Moment, was macht der Hammer? Was den Hammer halt macht, drehen. Bewegt es dich von rechts nach links. Ich reiß. Komm her. Oh, komm schon, komm schon, komm schon. Oh, diese Dreckskugel, Mann. Lila, schlauus. Ja, ich bin los. Ja, 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 ja. Oh, shit, ich bin sehr weit hinten. Das könnte bei mir eng werden. Vor allem, wenn man runterfliegt. Was ist das denn? Oh, Hammer, komm. Bitte, mach mit. Was ist das denn? Naja. Was ist das denn? Was? Loll, der Hammer ist ja mega geil. Nein, falsche Richtung. Hammer ist Hammer geil. Hat er dir geholfen? Nein, ich bin raus. Wow. Ich hab vergessen, dass da der Abgrund ist. Ich dachte, ich kann mich vor den Hammer hinstellen. Wow. Ah, Mann. Ja, komm, ich guck noch eine Runde zu. Ich muss erlernen. Ach so. Ich dachte, es gibt immer... Hä? Es gibt immer halt vier Teams. Nö. Alter, Nico, was machst denn du? Nix Gutes. Nix Gescheites. Du bist noch nicht mal durch ein Reifen durch. Ach, echt? Hier ist aber irgendwo ein Reifen. Da vorne jetzt. Wow. Warum sind die alle auf der anderen Seite? Ja, hier jetzt. Dahinten sind doch laut ganz viele. Du Held. Was machst denn du? Da, jetzt. Nein. Jetzt da. Warum ist der wieder weg? Nico. Wo? Ich sehe keine. Ich bin bestimmt nur auf der falschen Seite. Jetzt sind hier keine Reifen mehr. Ernsthaft? Alter. Boah, ich komme mir leicht verarscht vor. Ey, Nico, eine Frage. Hast du schon mal einen Reifen geschafft? Jetzt ja, aber der hat nicht gegolten. Ne, habe ich nicht. Ist dein Spiel, sagst du? Ja, jetzt, ja, jetzt, komm. Jetzt. Ja. Nico. Uhuhu. Ein Punkt. Ist aber sehr eng. Polisch, das ist gerade eng. Nico. Oh. Easy, den habe ich gemacht. Ja, den hast du gemacht. Dann hast du zwei gemacht. Nein, den roten. Drei Sekunden. Äh, rot ist raus. Nice. Lol, wir haben 60 Punkte. Verlängerung. Ja, wir haben 60 Punkte. Du musst dir nicht weiterhelfen, wa? Nö. Okay, gelb ist raus. Okay, gelb ist raus. Jetzt sind alle von Team Gelb raus, oder? Ja. Oha, krass. Tutututututum, jetzt geht es wieder 10 mal tutututututum. Teamspiel ist ja mega. Hassel, je nachdem. Ja, mega stressig. Komm, leg los. Los, hoch da. Hoch da. Jetzt. Na, komm. Nein. Oh. Oh, ja. Komm, bring mich weiter. Ja, jetzt, 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 jetzt. Jetzt, jetzt, jetzt. Ich komme gerade mal vor. Ja, Nico, komm. Komm, 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 komm. Lol. Lol, leg. Was für ein Leg? Irgendwie warst du gerade oben auf dem Ding und dann nicht mehr. Lol. Lol. Niko, ich glaube, das wird nichts. Ne. Ich hasse dich. Ihr schiebt gerade von beiden Seiten. Das ist natürlich auch schlau. Ah, na. Jetzt. Also, du bist jetzt der Letzte dort. Vorletzte. 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 Dieses Grab mit Shift funktioniert auch. Dafür, dass ich so einen Müll, der zusammen, geschafft habe vorhin. Geil. Was hast du denn das jetzt gemacht? Keine Ahnung. Dafür, dass ich vorhin so einen Müll gemacht habe. Es könnte sein. Du musst springen, du Held. Wieso läufst du alles ab? Damit die anderen da durchfallen. Du bist assig. Wow. Jetzt hat er dich betrayed. Nikos, es gibt ein Ziel. Nicht als erster Ausscheiden. Oh, oh. Es ist? Ja. Alter. Spring doch. Okay, da bin ich jetzt gerade durchgefallen. Ja. Okay. Es gibt schon assige Leute in dem Finale. Ja, klar. Na gut, ich hoffe, mir hat es gefallen, wenn ja, lasst gerne ein Like da, Abonet vergessen. Nee, noch ein bisschen fürs nächste Mal. Ja. Ja, Juli, der kann halt nix, aber, ne? Ja, das war halt schon immer so. Man kann, ja. Trainieren geht aber über studieren, heißt es ja. Trainieren geht über studieren. Genau. Genau so ist es. Ja, ich schalte auch beim nächsten Mal wieder ein. Tschüss. 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 Ja, ich schalte auch mal wieder ein bisschen wie in die Be